Hi Leute, Jigsaw hier. Ihr habt Videos auf Telegram zugeschickt bekommen und fragt euch, wie ihr diese nun auf euer iPhone oder iPad herunterladen könnt? In diesem Video zeige ich euch die einfachste Möglichkeit, um diese Dateien zu speichern, damit ihr sie euch später auf eurem Gerät ohne Internet anschauen könnt. Los geht's! Anders als bei anderen Messagern ist es bei Telegram auch möglich, größere Dateien zu versenden, ohne dass diese herunterskaliert werden. Das Herunterladen von Videos, die euch geschickt wurden, ist auch recht einfach. Öffnet dazu zunächst Telegram auf eurem iPhone, wechselt dann in den Chat, der die Videos enthält, die ihr speichern wollt, tippt und haltet auf das Video und wählt nun Video speichern aus, um es in eurer Galerie zu speichern. Jetzt könnt ihr die Fotos App öffnen. Und wie ihr seht, wurde das Video jetzt in meiner Galerie gespeichert. Okay, wenn ich euch weiterhelfen konnte, würde ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn ihr Fragen habt oder euch wünscht, dass ich ein Video zu einem anderen Thema aufnehme, dann einfach in die Kommentare damit. Bis zum nächsten Mal, ciao!